Letztes Jahr, bei Home Alone. Guten Morgen, nach 5 Stunden Schlaf, bin ich aufgewacht und habe gemerkt, dass ich die Heizung eingelassen habe, volle Leistung und hat das Gefühl, ich war von der Hitze angeschwollen. Ganz im Gesicht. Das ist nun Tag 4. Das weiß ich, weil ich die 8 Socken, die vor meinem Bett liegen, durch 2 geteilt habe. Also für alle, die es nicht geglaubt haben, jetzt gibt es Schnitzelfrüstchen. Natürlich mit Kaffee. Erkenntnis des Tages? Kindersportgruppen sind scheiße. Die Anleitung. Ja, und ich habe wieder das Bedürfnis, mir ein Schnauzband wachsen zu lassen. Ich habe keine Lust mehr. Und meine Chefin sagte, ich zitiere, das ist doch schwule Mistscheiße. Also ich würde schon einen schönen Abend und sage, what up? Ja, sie kommt wieder. In ungefähr einer halben Stunde muss ich los von sie abholen. Ja, sie kommt wieder. Das ist doch schon ein Schnauzband. Das war ein Schnauzband. Das war ein Schnauzband. Untertitelung des ZDF, 2020